Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Hyni hier und herzlich willkommen zum 10. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute ist mal wieder ein schönes, gechilltes Night Let's Play. Und ich hab ehrlich gesagt nicht so riesen Bock drauf, Alter, weil diese Viecher, wenn die gleich kommen werden, und ich werd mich erschrecken, Alter. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht rumschreibe, sonst kommt, wie gesagt, Papa mit Gürtel rüber. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört bei diesem Generatorraum. Wir müssen jetzt hier mal schauen... Was? Ey, der will mich doch verarschen. Nein, Freunde, der hat das nicht abgespeichert. Ey, sag mal, wie behindert sind die, Alter? Ich hab doch letztes Mal genau da aufgehört bei diesem Generatorraum, wo wir den Strom aktivieren mussten. Und genau da hab ich doch aufgehört. Wisst ihr das noch? Das war, glaube ich, vor 3-4 Tagen oder so. Nein, jetzt kommen diese Viecher da wieder, oder was? Ey, das ist doch wohl ein Witz, ne? Warum hat er da nicht gespeichert, Alter? Das ist doch normal, dass man speichert, nachdem man diese Viecher da umgebracht hat. Okay, ich darf mich jetzt nicht erschrecken. Okay, der Erste kommt, glaube ich, von links oder von rechts. Ja, ja, der hat nicht gespeichert, der hat nicht gespeichert. Oh mein Gott. Guck mal da hinten. Oh mein Gott, der hat nicht gespeichert. Der hat nicht gespeichert. Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott, Alter, ich werde hier so rumschreien. Hilfe, Hilfe. Oh, ne Witz, Alter. Diese Viecher, ey, warum, Alter? Was für Spaß, die sind das, Alter? Eih, 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 wieder voll erschrocken, ey. Wir müssen mal von der Ecke kommen. Ich fick dich in den Arsch. Ich fick dich in den Arsch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als diese Viecher. Ich schwöre es euch, es gibt nichts Schlimmeres, Alter. Warum hat er das nicht gespeichert, diese Missgeburt? Wo geht es jetzt hier weiter, Alter? Ich muss hier sofort weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ey, ich muss weg. Ey, ey, ey. Oh mein Gott. Ey. Das muss der Generatorraum sein. Da ist der Generatorraum, ey. Locker, die verfolgen mich gerade. Ich will mich nicht umdrehen. Ey. Da hinten ist noch ein Tier. Da ist noch eins. Was macht der denn da? Der rennt im Kreis. Oh mein Gott. Der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Jetzt abgehauen. Schön, Alter. Ich hoffe, dass... Da kommt noch einer. Nein, der kommt... Hä? Ist der tot? Warum verreckt der mich? Ja, jetzt ist er tot, oder? Junge, Junge, Junge. Los geht's. Alter, ist das krank. Ja, aber die Frage ist jetzt, wie geht es hier weiter, Alter? Haben wir letztes Mal hier genau aufgehört? Warte mal. Wir schauen uns jetzt mal genau um. Ich hab keine Ahnung, wo es hier verdammte Scheiße weitergehen könnte. Warte mal. Bei all den Dingern ist nicht so ein Ding dran. Hier. Da könnte man vielleicht drehen. Ja. Ey. Warum hat das nicht gespeichert? Diese perfekte Dreckscheiße, Alter. Ich könnte mich jetzt so aufregen, ne? Und das auch noch mitten in der Nacht. Ja. Ein Glück. Was passiert denn jetzt? Was ist los? Ja. Und jetzt lutscht ihr meinen Pimmel. Unliebsame Gäste. Oh mein Gott. Verpisst dich? Alter. Öni, Öni, bleib ruhig. Ey. Das ist... Junge, das ist so krank, ne? Diese Viecher sind so krank. Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. Die sind so krank. Oh mein Gott. Alter, wir sind schon Kapitel 19. Wie viel Kapitel hat das Spiel denn? Ey. Ich dreh durch, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Diese Tiere, Alter, ne? Freunde. Das ist so schlimm, weil es einfach nachts ist. Es ist einfach nachts. Und ich kann nicht schreien. Ich geh jetzt durch diese scheiß Türe da. Die haben wir da. Oh mein Gott. Der kommt aus dem Kanalroch. Verpisst dich. Okay. Hoch, hoch, hoch. Spring, spring, spring. Genau diese Scheiße. Runter. Ach du Scheiße, Alter. Ey. Ist das ein Horrorspiel? Oder ist das Uncharted? Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Witz, Freunde. Alter. Dieses Spiel. Ah. Da liegen Granaten. Alter. Optimal. Alter. Ich bumse die jetzt. Kommt an. Kommt her. Kommt her. Oh. Der war schnell. Der war schnell. Nein. 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 Wie konnte ich das damals zocken mit zwölf. Wie konnte ich das zocken mit zwölf Jahren, Alter? Ich war doch damals schon eine kleine Missgeburt. Wie konnte ich das... Alter, ich schieße einfach drauf, ohne zu zielen. Oh mein Gott. Da kommen so viele. Wie kann ich schnell der war? Oh mein Gott, Alter. Der hat mich geschlagen. Oh mein Gott. Wir haben keine Munition. Wir haben nur noch Pristole. Das ist der sichere Weg. Alter. Das ist... Ohne Witz. Ich sag's euch, Freunde. Dieses Level hier. Das ist ja schlimmer als... Last of Us und Until Dawn. Seid mal ehrlich, Alter. Ich find das so krass, ne? Aber das Spiel ist doch so geil. Die letzte Folge, die kam auch super gut bei euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wenn die... Das Schlimme ist, ihr wisst ja, ich hab ein 140 cm Fernsehen, Alter. So ein Riesenfernsehen, Alter. Und ich sitz einfach direkt einen Meter davor. Das ist schon quasi 3D. Das ist 3D. Ey, jetzt chill doch mal, Alter. Die Tür ging auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommen die... Türe zu. Türe zu. Mach die Tür zu. Nathan. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Halt dein Maul. Ey, ich drehe noch durch, ne? Hier ist... Ey. Die kommen locker von der Ecke jetzt. Hör. Oh mein Gott. Alter, Mann. Die Viecher haben sie erledigt. Ach du Scheiße. Was haben diese Viecher da angestellt, ey? Ey, ohne Witz, ne? Ich hab noch nie so ne Angst bei diesem Dreckspiel an Schaden, Alter. Komm ich hier wieder raus? Was ist das denn für ein Labyrinth? Ist das deren Ernst? Digga, bin ich mit Tabaluga? Ey, wollen die mich verarschen, Alter? Was ist das für ein Labyrinth? Ja, klar. Wenn hier jetzt keine Gegner kommen... Ja, klar. Ich werd mich jetzt gleich so erschrecken, ey. Und ihr auch. Ihr werdet mit mir schreien. Wir schreien zusammen, Alter. Wir heulen und wir lachen zusammen. Okay, da hinten geht's... Ihr geht schon mal nicht weiter. Alles klar. Wir müssen das jetzt teils für teils abchecken. Bin ich Checker-Bunny? Eui, eui, eui. Da hinten sind wir hergekommen. Da würd ich einfach mal sagen, geh mal diesen Weg hier lang. Und wenn... Oh mein Gott, Alter. Ich werd ja gleich so rumschreien, ne? Ach du Scheiße. Jetzt reicht's. Hier geht's weiter. Hä? Wo geht's denn hier weiter, Alter? Das ist ja mal ein Megalabyrinth. Ey, ich hab keinen Bock, mich zu erschrecken, ne? Hä? Hä? Ey. Ich höre diese Viecher irgendwo. Ich schwör es euch. Ich hab grad was gehört. Hey, sind wir von hierher gekommen? Ah, wir sind von hier... Oh, bin ich dumm, Alter. Ich bin so dumm. Die Türe war doch zu gewesen. Also da war das doch der richtige Weg. Ja, reicht, Alter. Ich hab mich halt schon so oft erschrocken wollen. Es tut mir leid, Alter. Scheiße. Ey, wie komm ich jetzt hier verdammte Scheiße raus, Alter? Okay, ich muss ein bisschen überlegen. Vorhin war da eine Tür. Da hinten. Oh mein Gott, jetzt kommt was von der Ecke. Guck jetzt. Okay, da. Ey, ey. Oh, endlich. Bitte eine... Ich will raus hier. Ich will raus, bitte. Oha, was ist das für ein Film? Wieso läuft hier noch ein Film? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist mit den Leuten passiert? Weil ich frag mich, wie viel Akku hat dieses Teil? krank, Alter. Die sind alle mutiert. Ey, so eine krasse Story, ne? Ich liebe einfach an Charlotte, Freunde. Tut mir leid. Mein Ende naht. Mein Ende naht. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Du Scheiße, Alter. Mein Gott. Ja, das kannst du laut sagen. Ich drehe hier gleich durch, ne? Wie viel Akku hat das Teil? Das ist 120 Jahre. Oh mein Gott. Heut ihr das? Geil. Geil. Kommt her. Ich bumse euch, Alter. Ich fick euch. Kommt alle her. Ohne zu zielen. Kommt alle her. Laufschütze. Ich bin Laufschütze, Alter. Oh mein Gott. Hinter mir. Wo? Okay, langsam machen die mir keine Angst mehr, Freunde, Alter. Man muss dich nur abhärten, abhärten, abhärten. Scheiße, gar viel Munition ich hier verschwende. Das juckt mich so. Oh mein Gott. Hey. Warum habe ich das nachts aufgenommen? Das war keine gute Idee. Ich hätte lieber Black Ops aufnehmen sollen. Black Ops, Black Cox, Alter. Oh mein Gott. Die Frage ist jetzt, wo es hier weitergeht. Eventuell sind wir von hier gekommen. Ah, es geht hier weiter. Okay. Okay, gut, 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 gut. Mach die Türe auf. Schnell, 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 schnell. Ey. Warum können wir nicht im Dunkeln sein? Im Hellen. Warum können wir nicht bei Elena sein? Bitte. Bitte. Oh mein Gott. Das ist doch so krank. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon Oh mein Gott gesagt habe, ne? Ja, klar. Und es geht wieder im Dunkeln weiter. Ey, fick dich in den Arsch. Oh mein Gott. Hä, wo sind wir denn? Oh mein Gott, das sieht hell aus. Ja, 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 jawoll. Ja, jawoll. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Wir sind im Hellen. Korrekt, Alter. Korrekt. Ey, diese Granaten, die werden nicht... Oh, ah. Elena müsste drüben sein, ne? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hören Sie mich da drinnen? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Die Schade. Nee, schau ab, wir schau ab! Elena! Lass Sie in Ruhe, ihr M... Na wahr, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast... ...soll nicht mehr vorkommen. Versprach. Die geile Elena. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur... ...bedanken. Fürs Finden von Eldorado. Die werden alle verflucht. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fischer noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr werter Partner keine Dungheiten anstellen. Bis dann nicht. Mal ein Vergnügen. Das ist so krank, wir sind... Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Wir sind irgendwo rausgegangen, reingegangen, wo wir Sully verloren haben. Wisst ihr das noch? Und gucken, was sich hier für einen Weg ergeben hat, Alter. Ach du Scheiße. Das sind Gegner. Was ist denn jetzt los? Das sind Special Force Duffy. Das sind Sondereinheit-Kommandanten. Okay, die machen mir aber keine Angst, Alter. Die können mir echt mal gewaltig den Pimmel lutschen. Ich denke, die auch mit ihrem Helm sind die cool, Alter. Hier. Hier trotzdem Headshots. Oha. Kommt doch alle her. Hier. Oha, dem... Ah, da kommt ein Monster. He, he, he. Die Frage ist... Sollen wir jetzt ihn töten oder nicht? Weil er hilft uns ja quasi. Wow, wo geht's denn da lang? Na, guck mal, er töte das Monster zuerst. Dann wollte er uns angreifen. Der Pisser. Oha, oha. Sniper. Fuck. Ui, oh. Warum schießt ihr mich auf das Tier? Der Pisser. Wo ist der Sniper, Freunde? Seht ihr ihn? Guck mal, wer ist da ganz hinten? Komm, 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 komm. Verreck. Ja, ja. Verreck. Verreck. Nein, der ist immer noch nicht tot. Egal, gleich. Jetzt. Ey, wie viel schluckt der? Ja. Tot. Boah, endlich sind wir im Hellen, Freunde, Alter. Gott sei Dank. Oh mein Gott, da kommen die Viecher wieder. Ey, wir müssen zusammen vorgehen gegen diese Tiere, Alter. Wie viel schluckt der denn, Alter? Der schießt doch mit der Pumpgun auf den. Ach, da ist auf jeden Fall einer mit der Pumpgun jetzt. Oha. Die helfen mir sogar, die Tiere. Ey, warum schießt du auf mich, du Fotze, Alter? Du kleine Fotze, Alter. Die kleine Fotze, ey. Warum schießt er auf mich? Spasti, Alter. Schießt erst mal auf das Dreckstier. Oh, die Pumpgun, die kommen jetzt, glaube ich, wie gerufen, Alter. Ja, jetzt. Hier. Oh. Ui, jo. Habe ich beide getötet? Hier. Ich nehme die Pumpgun, Alter. Ich würde die alle so ficken, auch in echt. Ich würde da so durchmarschieren. Marschieren. Guck mal, da dreht er seine Runden wieder. Special Officer Doofy ist am Start. Halt dein Maul. Hier, verpiss dich. Und jetzt kommt ihr. Kommt her, Alter. Hier. Kommt da. Junge, das ist ja wie 3D, Alter. Oh mein Gott. Guck mal, was hier. Oh mein Gott. Drago noch Präzisionsgewehr. Hier, ich. Sack. Hier. Nein. Hier. Verreckt. Oh, wo ist die Granate? Boah. Einfach die Kiste am Marsch. Ey, ist das Fisch hier noch unter mir? Hier, Alter. Boah, heute geht's re... Oh, jei, jei. Das war nicht gut. Ach du Scheiße. Ich sterbe jetzt. Ja. Das ist mein Ende. Null Munition. Ach du Scheiße. Aber wir können nicht hochkommen, ne? Ey, wir sind zu dumm. Oder? Wir sind echt zu dumm, Alter. Das ist geil. Die sind dumm, die Viecher. Ich liebe dumme Tiere, ey. Also bei Spielen. Weil ich dann Glück habe. Ach du Scheiße. Ey, was macht der da unten, Alter? Da unten ist nichts zu fressen hier. Da merkt man auch, Freunde, dass Uncharted so, äh, damals der Zeit rausgekommen ist, wo die Technik, beziehungsweise, ja, wo die noch nicht so viel krass Mühe gegeben haben mit solchen Sachen zum Beispiel, dass die Tiere jetzt hier nicht hochspringen können. Und so, da merkt man das schon. Aber ihr werdet merken von Teil zu Teil, das wird immer geiler und geiler, weil, da werdet ihr sehen, die Grafik ist besser geworden. Und, ähm, generell, wie soll ich sagen, äh, die, die Engine hat sich ein bisschen verbessert. Aber der zweite Teil, der wird so krass werden, Alter. Der erste ist ja schon mördergeil. Oh mein Gott. Weißt du, warte mal, warte mal. Hier. Ach, das Tier kommt jetzt zu mir, Alter. Wer bist... Nein, ja. Tut mir leid, tut mir leid, Freunde. Das war's. Oha, ich hab noch Leben. Hier. Glück gehabt, Alter. Ey, wo sind... Warte mal, Freunde. Ich werd jetzt da ein bisschen verteilen. Wofür hab ich diese scheiß Granaten, Alter? Hier überall. Ich hoffe, ich werd... Ja, Mann, Alter. Ich hab die getroffen sogar. Und was hier einfach abgeht, ne? Seid mal... Oh mein Gott. Alter, wie viel Gegner und Tiere hier einfach sind. Ui, ui, ui. Wieder Präzisionsgewehr, meine Fresse. Verpiss dich. Wo ist der? Ach, du Kacke, Alter. Der ist ein richtig guter, präziser Schütze. Hier, nimm das. Ach, du Kacke. Ey, das ist richtig schwer heute. Aber ich glaube, Freunde, wir haben das den ersten Teil so langsam durch. Guck mal, wo ist der denn, der Pisser? Oh, yo, zieh durch, Ernie. Oh mein Gott, da oben kommt das Viech wieder. Oh mein Gott, wie so eine Kacke, Lacka. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier hochspringen. Da können die nicht hoch. Haha. Boah. Ist das geil, ey. Die können zwar überall hochklettern, aber nicht... Oh, yo, yo, der hat direkt mal eine Fresse in die Säge gehabt. Ja, wie soll ich die jetzt... Meinen Sie... Ja, Mann, ich treffe die sogar von hier oben. Komm her. Ja, 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 ja. Direkt. Der ist tot. Okay, es müssten alle gewesen sein. So, und jetzt können wir uns in Ruhe... Ey, chill doch mal, Nate. Ach, du Sche... Ey, wo sind die Tiere? Für solche Distanzen ist die Pistole, glaube ich, optimal. Komm her. Komm her. Nein, keine Munition mehr. Einfach gar keine Munition mehr. Alter, der geht mir so auf den Sack, ne? Warte. Hier. Verreckt, du Spast, Alter. Boah, heute so eine geile Folge wieder mal. Kann ich einfach nur sagen, Freunde. Es ist eine richtig krass geile Folge heute. Ja, da ist noch mein Präzisionsgewirr. Ich hätte den so bumsen können. Oh, Alter, guck mal, mit der Sonne, wie krass das... Oh, mein Gott. Guck mir, auf einmal aus dem Kanal gekrochen. Hier. Jetzt verpisst euch. Überlebenskünstler, Alter. Silbertrophäer. Und ich habe so viele Trophäen auf dem Account, Freunde, ey. Das ist richtig krass, ey, wie viele Trophäen ich hier freigeschaltet habe. Ich war damals so ein Trophysuchti, ne? Ich wollte immer die Trophäen alle haben. Ja, oh, hier geht's weiter. Ey, ich hätte mal eine neue Waffe mitnehmen sollen. Alter, ich frage es, wo es jetzt hingeht. Also, ich glaube, wir wollen jetzt Elena retten. Boah. Ja, wir sind wieder draußen, ey. Kapitel 20. Schnell zur Hilfe. Okay. Ey, wie krank das ist, ne? Guck mal, wo es jetzt hier wieder hingeht, Alter. Boah, sieht ja voll düster aus, ne? Seid mal ehrlich, voll neblig und so. Ich hoffe, hier werden keine Viecher sein. Die Viecher müssten eigentlich nur im Untergrund sein. Von daher dürfte ich jetzt keine Angst mehr haben. Oha. Oha, die Viecher sind auch hier draußen? Als ob. Als ob die Viecher hier draußen sind. Ah, das ist Sully. Ah, okay, okay. Ganz ruhig. Warte mal. Verreckt, Alter, verreckt. Oha. Oha, hier werden noch voll viele Gegner sein. Glaub mir mal. Als ob hier das die einzigen Gegner waren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Boah, da liegt eine geile Waffe. Dafür ist es hier auch da. Zack, Alter. Gefickt, ey. So, vier Schüsse haben wir noch. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Sullivan. So, dann müssen wir ja alle töten. Nur die Frage ist, wo sind die alle? Da oben ist wieder einer mit dem Scheiß... Oh, man muss schnell reagieren, Freunde. Ohne Witz. Weil sonst haben die dich an den Eiern. Ey, das macht so einen Spaß, das Spiel, ne? Ey. Boah, die bewegen sich zu schnell. Oha. Irgendwas schießt mit einer Pumpkan hier vor mir. Alter, was war das denn? Okay, das wird nicht einfach. Oh mein Gott. Das wird überhaupt nicht einfach. Ja, fickt er. Das trittet er sich fast selber. Gib mir, der soll ja mal seine Waffe geben, Alter. Die ist richtig geil. Genau die brauche ich. Das war nur drei Schuss. Okay. Aber die fickt alles. Und ich treffe einfach nichts. Ey, wie schnell die rennen. Man merkt, das ist Special Officer Kommandant. Ey. Ey. Boah, Junge, Alter. Das ist so schwierig gerade. Das ist einfach auf Schwierigkeit normal eingestellt, ne? Und damals, als ich die Trophäen gemacht habe. Ich musste das Spiel ja quasi dreimal durchspielen oder so, oder? Ne, zweimal. Einmal auf der Stufe. Und einmal auf extrem schwer. Und das war einfach ohne Witz. Alter, das war so schwierig auf extrem schwer damals. Ich weiß es noch. Hier, verpiss dich, ey. Wie viele Gegner sind denn noch hier? Seht ihr noch welche? Ich frage jetzt, wo es jetzt weitergeht. Ich nehme jetzt meinen Boston hier ein. Und werde die jetzt bumsen, Alter. Sully? Oha. Wer schießt da auf mich? Wo kamen die Schüsse her? Da hinten? Oha. Dragunov. Ui, ist einfach da ganz oben. Oha. Wo kommen die auf einmal her? Zack, Alter. Gebumst. Wo kommen die auf einmal alle her? Ich glaube, wir haben hier oben einen guten Platz erwischt. Nur, na, die Sache ist... Ja, Freunde. Die Sache ist... Nein. Dass wir bald keine Munition mehr haben. Das sind unsere letzten Schüsse. Da würde ich sagen, lassen wir ein bisschen die Granaten hier spielen, oder? Oh, der ist schon lange weg. Zack. Okay, komm. Da werden nicht... Wir müssen jetzt alle platt machen, Alter. Ich will auf keinen Fall sterben, weil sonst alles wieder von neu. Komm, komm. Oh, Sully, Alter. Stell dir vor, Sully stirbt, oder so. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Geht das? Sully hat eigentlich kein extra Leben, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, nicht, dass... Kann ich umbringen? Ich nehme jetzt hier schön die M4, und dann will ich die bumsen, Alter. Lassen Sie stoppen, Sully. Die wissen nicht, was Sie anrichten könnten. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit. Wir müssen zu der Kirche. Das ist eine Kirche, auf jeden Fall. Das andere ist keine Kirche. Ach du Kacke, ey, Freunde. Das wird immer spannender und spannender. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir schon haben. Ich schaue mal kurz nach. Spiel speichern. Dann müsste man das eigentlich sehen können. Und... Oha, 93 Prozent abgeschlossen. Seht ihr das? 93 Prozent. Noch 7 Prozent haben wir Teil 1 schon durch. Aber es geht schon ziemlich schnell. Oha. Oh, fuck. Was erwartet uns jetzt hier drin, Alter? Wir müssen auf jeden Fall Eleanor finden. Oha. Ach du Scheiße. Heute ist eine richtige Ballereifolge. Ach du Kacke, ey. Ey, ey, ey. Guck mal. Alter. Oha, guck mal, wie viele... Guck mal, wie viele Laserdinger hier sind. Das ist doch krank, Alter. Ja, gar... Bumse dich selber. Alter, wenn die mich einmal treffen. Ich bin so am Arsch. Der letzte Schuss, Freunde. Oh. Shit, Alter. Scheiße. Ey, was geht hier verdammte Scheiße ab heute? Seid mal ehrlich. Oha. Alter. Überall sind die. Überall. Auf denen müssen wir... Komm, komm. Okay, einen haben wir. Boah, perfekter Headshot, Alter. Immer schön versuchen, Headshots zu gehen. Alter, der ist ja da ganz hinten durch. Aber wir müssen auch... Wenn wir uns, glaube ich... Oha, wenn wir uns einmal treffen, wir sind sofort tot. Boah, fast... Aber wir haben keine Munition mehr. Da liegt Munition. Oh mein Gott. Bin ich dumm, Alter. Liegt einfach so ein Präzisionsgewehr. Ich muss demnächst mal besser schauen, Alter. Guck mal, mit so einem Präzisionsgewehr hat einfach keiner eine Chance. Kommt alle her. Guck mal, jetzt... Seine Beine. Seht ihr sein Bein? Hier ist sein Bein. Hier. Das war mal sein Bein. Gebumst. Sind noch Gegner hier? Wenn ja... Oha. Oha. Oh, das war natürlich sehr, sehr schlau. Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid, Alter. Oha. Okay, das war echt dumm gewesen. Ey, hier habe ich mich einfach selbst abgeballert. Oh Gott, Alter. Alles von neu. Ey, geil. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich dir mit dem Präzisionsgewehr bumsen werde hier, Alter. Guck mal, jetzt... Jetzt wird das zack, zack hier gehen. Guck mal, jetzt... Eins, zwei, drei. Los geht's. Bam. Bam. Oha, okay. Ist doch nicht so einfach. Warte. Ey, jetzt wirft da noch eine Granate, Alter. Ich ficke jetzt diese Granate, ey. Scheiß, ob die Granate schon jetzt erst mal... Ey. So. So. Komm. Geht keine Munition mehr. Egal, ich mache jetzt alle Platte, Alter. Jetzt reicht's, Freunde. Die haben sich mit dem Falschen angelegt, sage ich ganz ehrlich. Ohne Witz. Die haben sich mit dem lieben Öni angelegt. Aber der Öni kann auch sauer werden, Alter. Dann kriegen die das hier von mir zu spüren. Zack, zack, verreck. So. Das müssten jetzt fürs Erste hier vorne alle gewesen sein. Jetzt kommen wieder die da hinten. Ich reg mich so auf, Alter. Ey, diese Spastis, ne? Ich hab einfach mich selbst abgeballert. Hier, Alter. Jetzt kommen die auf einmal wieder überall her. Zack. Wir müssen aufpassen, dass es nicht gleich wieder einer mit einem Präzisions... Alter, was... Diese Pumpkan, ne? Die ist so unrealistisch. Die geht einfach 100 Meter weit, diese Pumpkan, ne? Komm, komm, komm. Oha, ich hab mir gerade eine Granate hier gehört, ey. Oha. Komm, komm, komm. Scheiße. Oha. Der... Jetzt sind die... Jetzt... Jetzt ist es vorbei. Hier. Und du kriegst direkt... Oha, warte. Komm, zeig dich. Bitte, bitte. Hier. Boah, Alter. In deine Fresse, ey. Wehe. Wir sind jetzt immer noch welche am Leben, ne? Oha. Was ist denn jetzt los? Wo kommt der denn? Ich flipp gleich aus, ne? Ah, zum Glück, Alter. Das ist gespeichert. Jetzt kommen die von dem Eingang wieder. Ich hab... Sie haben schon gesagt, ein Schuss. Wir sind sofort tot. Wir müssen uns mal nach Waffen hier umschauen. So kann er mich nicht treffen, Freunde. So kann er uns nicht treffen, wenn wir uns hier so bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Hier müsste auch eine krasse Waffe liegen, oder? Da liegt einfach gar nichts. Geile Hilfe. Zack, zack, hab ich. Komm. Okay, Freunde. Boah, Junge. Heute so eine geile Folge. Ohne Witz. Ich liebe diese Ballereien hier im Spiel. Das macht so übertrieben Bock. Und auch noch diese Sequenzen. Und das ist perfekte Mischung aus Action-Adventure. Also genau mein Ding. Genau mein Fall. Ohne Spaß. Ich liebe das. Und es muss doch eigentlich gar nicht so Open-World spielen. Open-World-Spiele ist eigentlich nur so angebracht für GTA, finde ich so. Das finde ich da ist am geilsten bei GTA so Open-World. Also bei anderen Spielen so, keine Ahnung, Assassin's Creed ist auch geil noch, aber... Ja, manche Spiele haben echt unnötig ist Open-World. Deshalb, ich finde das so geiler, wenn du so abenteuermäßig hast. Das finde ich schon cool. Komm, komm. Bam, bam. Ja, aber so Just Cause 3 ist natürlich richtig geil in Open-World. Irgendein Spiel war richtig unnötig, dass es da ein Open-World gab. Hier unter dem Altar? Ist das der Altar? Ja. Irgendwann, das ist einfach so krass heute wieder mal. Das hat mir hellig... Oha. Geht's doch nicht. Ach du Scheiße. Und da geht's jetzt runter, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, Kapitel 21, Gold und Knochen. Das wird's beim nächsten Mal geben. Und ich verspreche euch, beim nächsten Mal gibt's auch das große Finale direkt im Anschluss. Also quasi die nächste Folge ist das große Finale von dem ersten Teil. Und ja, wenn euch die heutige Folge wieder gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr über 6.000 Likes wieder mal freuen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal beim großen Finale wieder. Morgen jetzt weiter mit dem nächsten Video. Ich muss schauen, was kommt. Lasst euch überraschen. Und mein Internet ist immer noch nicht da. Da gibt's momentan noch richtige Probleme, Alter. Das fackt mich so mega übertrieben ab, ne. Aber wenn es da ist, Freunde, geduldet euch. Und in Ruhe liegt die Kraft. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Ich leg mich jetzt hin. Ich schneide noch das Video, Alter. Zum Glück heute nicht so oft erschrocken. Außer am Anfang, da war es krass gewesen. Und ja, haut rein. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Und ciao.